und ein herzliches willkommen bei der nächsten episode von estronea wir waren ja in der letzten folge hier schon auf dem weg zu unserem ziel mit sehr viel energie ja da fahren wir jetzt schön rüber mit sehr viel lärm ja fahr doch nach unten fahr ich richtig? nein hier rüber hier so eine kleine straße rüber bauen ich hätte hinten noch so ein paar raketen drauf bauen sollen ok dann schauen wir mal reicht es aus? ja es reicht aus ok dann easy so sauerstoff ist wichtig haben wir hier noch andere pflanzen? so wie dich böse pflanze dich füttern wir noch noch irgendwo eine pflanze? schöne pflanzen wo seid ihr? ist das titan? okay nr2 nrn nrl nrm nrg 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 weil ich wollte noch hier und hier wollte ich noch eine nur für kurzfristig das hier fertig hier das bedeutet hier grabe ich runter die prinzess habe ich gefüttert oder ich schaue noch mal nach bevor hier ein blödsinn passiert ja prinzess ist ist gefüttert das heißt ich kann nicht sterben nicht auf normalem weg die frage was wir brauchen sehr viel gemisch sind wir wieder in der pflanzenschicht ja es gibt es sehr viele schichten gehen wir durch die harte rosa und wir sind im prinzip schon da ich lauf auf der luft wie ihr seht flieg runter und nicht vorwärts salto salto 500 salto okay das ist dreieck mit den kügelchen und was brauchen wir okay so ein zahnrad mit ganz viele pünftchen rund um gut jetzt ist die frage ich habe da jetzt wieder nicht drauf aufgepasst aber wir haben ja genug energie wir müssen jetzt wieder nach oben oh astronium schön ok dann fliegen wir ganz gemütlich nach oben wie geht es euch denn schreibt es in die kommentare würde mich freuen hattet ihr einen schönen tag wieso seht ihr mein video an weil es beruhigend ist weil ich habe danke für die kommentare oh ups schon wieder verklickt leute sorry jetzt packt das ein bisschen rum hier ich habe gesehen dass ihr mir schreibt dass das extrem entspannend ist wie ich rede was ich selber nicht so ganz empfinde aber danke für die kommentare dafür entspanntes video deine stimme ist sehr entspannend was ich selber nicht wirklich so empfinde weil meine nervige stimme ist selber nicht her nicht wirklich aber ich finde es cool dass es das gefällt oder einigen von euch wer weiß aber dass ich deswegen so viele eigentlich nur deswegen kommentare krieg finde ich irgendwie lustig so komm raus und werd bombardiert okay wichtige frage wo ist zu hause da drüben da drüben ist zu hause oh was haben wir hier äh äh nehmen wir dich mit ja da bin ich damit schneller leicht ist aber auch egal wir können sich ja einfach so aus spaß benutzen also man kann mit dem ding auch springen oder war das jetzt nur zufall ok berge hoch ist kritisch kritisch ich will rüber das schleudert mich nicht einmal nach oben aber ein schöner wald ist hier gefällt mir gefällt mir überlege jetzt soll ich nicht besser aussteigen ja da drüben ist eh unsere heimat schon ach komm vergiss es ich bin so wesentlich schneller ich bin so wesentlich schneller komplett auf der anderen seite weil ich sehe das gebäude nicht mal hm jo wir sind so leicht rechts in unserem gebiet ja ok also was war nochmal das symbol äh äh zahnrad mit punkten ok zahnrad mit punkte was ist das ein verarbeitetes material wir fliegen nach hause und schauen mal was wir in dieser richtung produzieren können haben oder wo wir hinfliegen müssen um das zu haben äh ich hoffe dass ich kein gas oder sowas und dann müssten wir jetzt ein gas dings da kompressor dings herstellen ist das unser zuhause ja da sieht man schon die schienen unsere adern unseres überlebens gut jam 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 gut äh ressourcen das wird es nicht sein gemisch das war so zahnrad so ein bisschen wie das das da nur mit hm das da war es oder graphene äh graphene muss ich herstellen oder äh äh so packen wir da ein bisschen was rüber und stellen ein bisschen graphene her mhm mhm wir brauchen zwei von diesen dingen eigentlich nur jam 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 wo wo hat das das jetzt hin äh das ist ein bisschen blöd durch die Automation so so komm komm das wird das doch sein oder ich hoffe und hier packen wir auch ein bisschen Hydrazin wieder drauf okay 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 zwei brauchen wir auf jeden Fall wenn es das ist ist noch so etwas was wie das aussieht nein es könnte nur das hier sein es könnte nur das hier sein hm hm brauchen wir sonst noch irgendwas auf dem Planeten glaub nicht dann schaffen wir das jetzt noch das wär toll äh da drüben buggy hin und her I'm back home das hier überhaupt keine lande Dings ich dass man hier nirgendwo landen kann nur so einseitig heißt das wir sollten mal den Planeten erkunden okay ah hier ist wieder viel gewachsen Sauerstoff ist immer wichtig wie er aus Sicherheit nochmal so einen Boost drauf gibt obwohl ich das nicht machen müsste hm hm ja dann gehen wir rüber laufe geschwind astronea hui über die Schlucht hui über das Gemisch hier habe ich hier runter gegraben die Prinzessschnecke hat gegessen das dürfte alles passen hier also runter Dach huiuiui äh 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 daneben oh schön runter oh jetzt geht's schnell oh das wird kritisch ouch äh kotzen oh god achso wir sind achso ja ok wir werden genau auf der Spitze äh äh ok genau falsch rum wieder ist ja klar das ist doch das oder ja ja so noch ein zweites ich muss den nächsten jetzt nicht machen ist das fies ok gelöst Fünf von sieben. Nur noch zwei, Leute. Nur noch zwei. Wir fliegen gleich da dorthin. Und? Okay. Wo kommst du hin? Ach, genau hierhin. Oder? Stimmt schon, oder? Kreise mit dem Triforce. Sind hier alle richtig schon? Ja. 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 Hier fehlen nur noch zwei. Okay. Oh. Oh. Das ist das mit Triforce. Okay. Triforce. Gut. Jetzt sind wir wieder hier. Wir kotzen. Wieder 50 mal hin und her. Wieder nach oben piemen. Jetzt fehlen uns nur noch zwei. Zwei so Dinge. Und dann haben wir es. Glaube ich erst schon hier durchgespielt, oder? Ja. Wir haben noch nicht alles freigeschaltet. Aber... Geht gut voran hier. Äh... So. Ein bisschen... Im Kreisverkehr machen. Kann ich das zerstören? Ja. Hier runter. Ja. Gut. Ab nach Hause. Bauen wir gleich hier so schön hin. Gut. Ja. Ja. Dann haben wir das hier auch erledigt. Jetzt nehmen wir unsere Energie wieder mit. Nein. Komm. Pack drauf. Und... Ja. Ja. Wir haben hier zufällig auch Graphen. Äh... Dass wir das hier alles auch gleich verpacken können. Dann nehmen wir mal die wichtigen Dinge mit. Äh... Da... Das... Die Kugel da... Ich glaube nicht, dass wir alles mitbekommen. Aber... Komm. Äh... Da. Grafit. Dann bauen wir noch Barverpacker. Da... Hier. Hallo Leute. Gut. Ja. So. Das nehmen wir mit. Äh... Hier. Gleich abstecken. Ah. Das müssten wir auch alles mitnehmen. Wir brauchen so viel Platz. Aber es spart halt Ressourcen auch. Wenn wir das einfach alles einpacken und mitnehmen. Dann... Da den Ball. Äh... Wo ist das... Wo ist das Klettungsding? Achso. Hier. Habe ich gar nicht abgerissen. Gut. Ist auch dabei. Wo packe ich das hin? Das ginge hier hin. Äh... Habe ich noch einen Verpacker? So. Komm raus. Da. So. Du kommst mit. Kleiner Wagen. So. So. Komm. Packe drauf. Ja. Backe, backe Kuchen. Gut. Die Energie kann ich vorerst hier drauf packen. Ich hätte noch Platz. Hm. Eigentlich. Das hier. Das hier. Ist ja eigentlich. Total egal. Hier. Also. Kann hier gar nicht funktionieren. So. Das ist ein Raumschiff. Hahaha. Äh. Brauchen wir hier noch irgendetwas? Nicht wirklich. Hm. Gut, dann ernten wir hier ein bisschen, dass wir schon was mitnehmen für den nächsten Planeten. Ich packe mal da rein, weil braucht man leider auch jede Menge Forschung noch, ja das bringt mir jetzt eigentlich gar nichts, oder? Ist hier nicht irgendwo ein Signalbeacon hier, dich brauche ich, kleiner Signalbeacon, gut, Abflug. Gleich auf dem Mond, dann bauen wir hier eine kleine Station irgendwo hin, hier wär toll. Hä, hier ist eine Raketenstation? Genau hier in der Nähe? Ach, hier war ich schon mal. Ich kann mich erinnern, das habe ich für die Schnecke hierher gebracht. Achso, dann brauche ich das hier alles gar nicht. Ist hier praktisch. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Äh, ich muss nochmal zurück. Nein! Warte, aber nur zur Sicherheit. Signalbeacon hier drauf. Hier. Nur zur Sicherheit. Nicht, dass ich hier irgendwie nicht mehr zurückfinde. Und an Energie mangelt es uns ja gar nicht. Wir haben mehr als genug Energie. Um hier spazieren zu fliegen. Okay, da. Ja. Dürfte richtig sein. Ich habe da nämlich was vergessen. Das Ding da. Brauche ich ja auch. Habe ich jetzt schon mitgenommen, oder? Ich hoffe. So. Da. Ist ja schnell hin und her geflogen. Ja. Hä? Okay. Fliegen wir mal rüber mit der Rakete. Okay. Du kommst hier drauf. Ist da. Da. Wo ist das andere Zeug? Hier. Nein. Wo sind die Pakete? Äh. Wo sind die Pakete? Die habe ich doch. Die habe ich doch hier drauf getan, oder? Das ist mal hier drin. So. So vorne drauf. Nein. Kann ich nicht machen. Okay. Sollten hier nicht noch Pakete drauf sein? Oder sagen wir nicht, dass ich die irgendwie vergessen habe. Mit dem Bohrer. Nee, oder? Oder sehe ich die gerade nicht? Okay. Da drauf sind die auch nicht. Ich habe den Bohrer vergessen. Wie es aussieht. Ja, für die paar Meter. Mal rüber. Gut. Ich wollte runter. Geht doch. Okay. Geht doch. Äh. Das ist jetzt richtig gut. Äh. Ich kann da hinten hochfahren, oder? Ich darf jetzt nirgendwo runterfallen, oder so. Weil ich habe einfach keinen Bohrer dabei. Ja, perfekt. Kann man hier alles irgendwie lösen. Perfekt. Die Energie reicht. Haben wir genug Hydrazin dabei? Ja. Unterwegs finden wir noch was zu essen. Für die Schnecken. Da ist hier noch irgendwo was. Ja, da. Wichtiges Sauerstoff. Achso. Achso, den Bohrer habe ich ja dabei. Ach, ich bin so doof. Weil ich den da draufgepackt habe. Hm. Hm. Okay. Jetzt wird es passen. Äh. Ich nehme jetzt mal das Ding mit. Okay. Äh. Die Bohrer-Schnecke füttere ich gleich. Uh. Ja, komm. Dass wir ein bisschen Licht haben. Hier. Oh. Gut, dass die Prinzess noch genug Leben hat. Äh. Energie hat. Okay, kriegt ihr alle was zu fressen. Aber was hat's hier? Hier. Hier. Dicht pflanz wie ein. Was ist das denn überhaupt hier? Hä? Was ist das? Okay. Ach ja. Hier gab es ja noch irgendwelche andere Geheimnisse. Stimmt. Die wir auch noch alle ergründen werden. Kohlköpfe. Oder so schauen die aus. Wie Kohlköpfe. Oh, schon der Erdkern. Ist ja gar nicht so weit durch den Mond. Okay, was brauchen wir? Das sieht aus wie Silikon. Oder? Das wird Silikon sein. Okay. Dann holen wir Silikon. Wie das schön glitzert hier. So rosa. Aber hier nach oben graben ist es eben so schwer. Da ist ja nicht so viel dazwischen. Da drüben. ist das ein Forschungsding? Tatsache. Das nehme ich mit. Äh. Okay, nehme ich mit. Das brauche ich nicht unbedingt. Das liegt hier einfach so rum. Da drüben ist unsere Rakete. Bei der Zunge. Nein, 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 bleib hier. Ach, hab dich noch. Platzieren wir hier drauf. Fliegen nach Hause. Und das war's wieder für diese Folge. Es ist schon hier. Hier drüben seht ihr die nächste Folge. Hier drunter irgendwas, was euch YouTube vorschlägt. Würde mich freuen, wenn ihr das anschaut und ein Like und ein Abo da lässt. Und vielleicht auch die Glocke. Dann verpasst ihr auch keine weitere Folge mehr. Jetzt habe ich es langsam raus, ne? Irgendwann kommt das schon. Irgendwann. Dass sie das flüssige kommt. Ciao, ciao.